Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Shadowman. Weiter geht's. Ich weiß nicht, was mich erwartet und ich will's auch gar nicht. Mann, du sollst da rübersp... Sack! Geht doch... Oh Mann, wie geht das? Nochmal... Hmm... Oder komm ich dann später durch? Ne, ich versuch's lieber jetzt, bevor ich... Woher... Was? Ja, auch Dreieckschlüge, genau Oh ne, haut ab ey, ihr dumm Rote Fische, ah ne Sachen gibts, ne? Ist hier noch irgendwas? Ich bin so ein Erkunderer Ich erkunde gerne Sachen Nein, du Schu Nein, du Schu Ah. Okay. Okay. Hier komme ich schonmal neben der Taos. Ja gut. Ja gut! Okay. Das ist richtig krass Oh cool, wer damit Weitere Seele, aber kein Pünktchen Oh cool, ist eigentlich geschlagen Oh cool, dass ich hier nicht runtergesprungen bin Oh cool, dass ich hier nicht runtergesprungen bin Also kann ich hier nicht runtergesprungen Ich hab bloß die Dekoniohre WTF Ach du Scheiße Ok ok Stirb Stirb ich hab noch mal was an das dass ich gerade abkacken das ist nicht gut aber der Sound wäre schon krass kein Durbesis bedeutet ja ja ich glaube ich mag gleich eine Pause wegen meinem Popo ne, hier geht es auch nicht lang diese Frauen kommen öfter hier vor ich habe ihn mit mir Der Fakt bin hier jetzt echt runtergefallen Zeit, ich hab noch Zeit Zurück in der Key, der Shadow Man Okay, ich will noch mal hoch Was das sonst noch geht Ich will noch mal hoch 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 Ich wünsche, dass das nur bei anderen Spielen ist, bei anderen Spielen Also... Ich rufe da rein, Chef Oh, cool Irgendwie, ich muss, ich muss mit Wasser oder Klumpen drücken damit ich da hochkomme Aua, meine Pumpe Naja Auch nangetagt Woholang? Stimmt Ich glaube, hier trocken Fische Ups Weiß Ups 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 Check nicht was man da machen muss. Also mit diesen Bänden, ey. Meine Fresse, diese Lecks, ey. Okay Leute, danke fürs Zuschauen. Das war ja also Lucas mit mit Shadow Man. Wir sehen uns. Tschüss.